Mehrheit der Deutschen will nicht länger als bis zum 62. Lebensjahr arbeiten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir beantworten nicht nur Rechtsfragen zum Thema Rente oder zum Wechsel PKV in GKV, sondern wir gehen auch auf allgemeine Fragen ein, zum Beispiel auch auf Umfragen, wie wir sie hier durch das Meinungsforschungsinstitut CW im Auftrag des Demografie-Netzwerkes e.V. vor uns liegen haben. Und diese Umfrage kommt zu folgendem Ergebnis. Die Mehrheit der Deutschen wolle nicht länger arbeiten und früher in Rente gehen, am besten schon mit 61 oder mit dem 62. Lebensjahr. Nur jeder Achte der befragten Menschen würde bis zum 67. Lebensjahr wirklich arbeiten gehen wollen. Die jüngeren Befragten, also es war so eine Gruppe von 19 bis 28, die wollen nur definitiv bis zum 61. Lebensjahr arbeiten. Eines hat die Studie auch gezeigt. Je größer die Qualifikation der Befragten war, umso größer war auch der Wunsch, länger zu arbeiten. Drei Viertel aller Befragten würden sich geistig wie körperlich nicht in der Lage sehen, bis zum 67. Lebensjahr überhaupt zu arbeiten. Bei den Arbeitern sind es sogar 90 Prozent, die nicht in der Lage wären oder sind, bis zum 65. Lebensjahr überhaupt zu arbeiten. Bei den Beamten sind es wohl 70 Prozent, die nicht länger arbeiten können oder wollen. Bei den Akademikern haben wir rund 25 Prozent, die sogar länger als bis zum 69. Lebensjahr arbeiten würden wollen. Die Gründe, warum die Befragten nicht länger arbeiten wollen, sind zum einen körperliche Belastung und massiver Arbeitsstress. Wenn der Stress auf der Arbeit weniger würde und die Arbeitszeiten flexibler wären, dann könnten sich rund 40 Prozent der hier Befragten vorstellen, tatsächlich auch wirklich länger zu arbeiten. 25 Prozent der Befragten würden gerne länger arbeiten, wenn ihre Leistung auf Arbeit mehr gewertschätzt würde. Also, liebe Arbeitgeber, wenn ihr eure Arbeitskräfte halten wollt, dann lobt sie doch einfach auch mal ein bisschen und gebt ihnen doch mal ein bisschen Anerkennung für das, was sie leisten. Denn wir haben ja hier in Deutschland Auswirkungen der Altersdemografie, merken wir jetzt schon, 1,2 Millionen Arbeitskräfte fehlen im Jahr 2021 dem deutschen Arbeitsmarkt. Arbeitgeber und die Politik sollten diese Studie von CIVI wirklich sehr ernst nehmen, denn sie ist ein Fingerzeig, was die Leute über das Thema Rente, Renteneintritt, Renteneintrittsalter auch in der vermuteten Breite in der Bevölkerung denken. Die Politik muss handeln, ansonsten werden immer mehr Menschen vorzeitig in Rente gehen und dem Arbeitsmarkt unwiderruflich verloren gehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. also folgen herbalisten in der概해�phase